Die Firma Steyr legt besonders viel Wert auf den Kommunalbereich im Bereich der Sondermaschinen. Zum Sondermischenbereich unter anderem gehören auch die Forstmaschinen oder auch im industriellen Sektor. Steyr hat eine langjährige Tradition im Sondermaschinenbereich und ist stolz, diesen weiter ausbauen zu können und auch zu dürfen. Wir freuen uns heute auf der Galabau den Kunden, den neuen Profi CVT 4135 in der kompletten Kommunalassrüstung präsentieren zu dürfen. Die Maschine zeichnet sich durch eine sehr gute Rundumsicht in der Kabine aus, eine gute Dachluke zum Arbeiten mit einem Frontlader, ein hervorragendes Lichtpaket, eine schöne Instrumentenkultur in der rechten Armlehne mit dem schönen Power-Shuttle-Hebel. Es umfasst auch eine Nokian TAI 2 Bereifung, speziell für den industriellen kommunalen Sektor. Wir bieten eine komplette Maschine am Werk an für den Endnutzer der Kommune. Den Kommunalrahmen mit einer, die Schnittstellen an der Front, die Hydraulikleitung, die Frontzapfwelle, die Frontleidervorbereitung, die Achsabstützung, somit ein Komplettkarät für den Endnutzer, um komfortabel arbeiten zu können. Besonders stolz sind wir auf das neue Design der Profi-Baureihe, zeichnet sich besonders durch seine markante Front aus. Angelehnt ist das neue Design auf den kürzlich auch für AG Techniker in Hannover vorgestellten Terros CVT. Die Möglichkeit einer Forstwassrüstung steht dieser Modellpalette auch nichts im Wege. Weitere Modellpaletten sind auch komplett mit einer Forstwassrüstung lieferbar.